NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die starische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode geht es mit uns wieder ab ins Ausland. Lea wird mit mir über ihre Erfahrungen als Au-pair in den USA sprechen. Lieber Lea, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Lea, zu Beginn fass uns einfach mal ganz kurz zusammen, wo genau du deinen Auslandsaufenthalt verbracht hast und was du da genau machen musstest. Also ich war von 2019 bis 2020 als Au-pair in den USA, genau zu sein in Philadelphia. Und als Au-pair lebst du in einer Gastfamilie und unterstützt die Familie bei der Kinderbetreuung. Und was war deine Hauptmotivation oder was waren deine Beweggründe, ins Ausland zu gehen? Wolltest du immer schon ins Ausland oder bist du einfach spontan drauf gekommen, und ah, Ausland würde mich interessieren? Ja, bei mir war es eher spontan. Ich habe gewusst, ich will studieren, aber habe noch nicht genau gewusst, was. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie brauche ich eigentlich eine Pause zwischen dem ganzen Lernen. Und dann hat mir eine Bekannte von dem Au-pair-Programm erzählt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das hört sich gut an, das mache ich. Und hast du eigentlich alle Voraussetzungen erfüllen können für den Au-pair in den USA, oder wie war das bei dir? Ja, also du brauchst Kinderbetreuungsstunden und einen Führerschein und du musst gesund sein. Und ja, das habe ich alles erfüllen können. Okay, also trotz des Kurzentschlusses ist es dann bei dir doch möglich gewesen. Ich habe immer schon so nebenbei ein bisschen Baby gesittert und so habe ich eh gehabt, die Stunden. Okay. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Vorbereitungsphase, wie ist die abgelaufen? Warst du auf Messen, hast du dich im Internet informiert, was waren so deine Quellen? Ich habe mich eigentlich im Internet und bei Bekannten informiert. Also ich bin im Juli 2019 ausgereist und habe mich im September 2018 circa angemeldet bei der Organisation. Da war ich auch bei so einem Infomeeting, wo alle Fragen beantwortet werden und nochmal das Au-pair-Programm genauer vorgestellt wird. Und ja, da habe ich dann eben gewusst, ja, das passt und habe mich angemeldet. Und nach welchen Kriterien hast du deine Agentur oder Organisation, mit der du ausgereist bist, ausgewählt oder hattest du da Kriterien für dich im Vorhinein oder hat sie dich einfach angesprochen? Ich habe nicht wirklich Kriterien gehabt. Ich habe es auch nicht wirklich verglichen mit anderen. Es war einfach die Bekannte, die war mit dieser Organisation als Au-pair in Amerika und hat gesagt, sie war nur zufrieden. Und eben bei der Infoveranstaltung habe ich mich auch sehr gut betreut gefühlt und ja, ich habe es bis jetzt nicht bereut, dass ich dann die Organisation gewählt habe. Und wie viel, also eine häufig gestellte Frage an mich ist auch, wie viel ein Au-pair ja kostet. Natürlich kann man das nie verallgemeinern, weil das von Organisation zu Organisation unterschiedlich ist. Auf dem Land zu Land, also es macht schon einen großen Unterschied allein die Flugkosten, aber wie war es denn einfach in deinem Fall? Also bei mir, ich kann mich da nicht mehr so genau daran erinnern, aber die Programmgebühr waren ca. 1400 Euro. Wobei der Flug und die Training School, also diese erste Vorbereitungswoche in Amerika, da dabei ist. Und dazu kommen dann halt noch das Visum, man braucht den Strafregisterauszug. Also es sind schon dann auch immer wieder so kleine Ausgaben, aber da habe ich den Überblick verloren, wie viel es dann im Endeffekt war. Und man verdient ja als Au-pair trotzdem nachher in der Zeit auch ein bisschen etwas. Also mit dem kann man sich das eventuell auch ausgleichen. Gibt es, wenn man jetzt zurückblickt auf deine Zeit dort und wirklich aufs Leben mit der Gastfamilie, wie kann man sich denn das vorstellen und gibt es da Erlebnisse, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, positiv? Ja, also das Leben in einer Gastfamilie ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn man dann in Corona-Zeiten 24-7 miteinander eingesperrt ist. Aber es ist einfach, ich habe jetzt nicht so ein Erlebnis, aber einfach wie eng man mit den Gastkindern zusammenwächst. Also da erinnere ich mich immer gern dran zurück. Es ist dann so wie eine zweite Familie fast, oder wie würdest du das beschreiben? Ja, schon. Also es ist auch, wenn man nach Hause kommt, es ist, glaube ich, so ein Ding vom ins Ausland gehen. Man ist nie an einem Ort zu Hause. Also man hat immer so, man ist, also ich fühle mich dort und hier zu Hause. Also man gewinnt sozusagen ein zweites Zuhause. Genau. Mit einem Auslandsaufenthalt ist ja sehr, sehr schön, finde ich. Wenn du nochmal die Erfahrung machen würdest, gibt es Dinge, die du anders machen würdest oder hat das alles so für dich gepasst? Natürlich ist es besser, nicht in Corona ins Ausland zu gehen, aber gibt es ansonsten irgendetwas, was du ändern würdest wollen? Also ich war eigentlich echt zufrieden mit meiner Gastfamilie, mit der Stadt, der Lage. Also für mich hat das alles echt gut gefasst. Und wenn du so an dich als Persönlichkeit denkst, vor einem Jahr bist du anders geworden, hat dich dein Auslandseinsatz verändert persönlich? Definitiv. Also ich habe sehr viel an Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit gewonnen, würde ich sagen. Mein Englisch hat sich verbessert. Das geht so einher, wenn man im Ausland lebt. Und ich bin viel abenteuerlustiger und ich finde es jetzt schon wieder so schlimm, dass ich nicht reisen kann und in meinem Land eingesperrt bin. Also irgendwie so diese Risikobereitschaft habe ich bekommen, während ich immer so war. Und als letzte Frage noch, was wären denn deine Top-3-Tipps an Jugendliche, die ebenfalls ein Au-pair-Jahr machen möchten? Was würdest du ihnen raten? Bei der Familienwahl nicht einfach die erstbeste Familie wählen. Auch wenn man in der Situation einfach Angst hat, weil da kommt nichts Besseres, ich nehme das einfach, sonst habe ich keine Familie. Es gibt genug Familien und jeder findet eine passende Familie. Und was sonst? Ja, also für mich war einfach so ein Hauptgrund auch, warum ich ins Ausland gehen wollte, weil ich reisen wollte. Und deswegen würde ich sagen, sparen und nicht unnötig für Setshoppen gehen und Essen gehen. Also für mich war das einfach wichtig, dass ich da so viel wie möglich für Reisen spare. Und mein letzter Tipp vielleicht, genieße die Zeit. Es ist unglaublich, wie schnell ein Jahr vergehen kann. Ja, das haben wir auch schon öfter gehört. Also ein Jahr ist sehr kurz. Deswegen traut sich ruhig, länger ins Ausland zu gehen. Liebe Lea, wir sind bereits am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich hoffe, meine Hörerinnen und Hörer konnten sich einiges von deinen Erfahrungen als OP in den USA mitnehmen. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert. Bis dahin, bleibt informiert. Untertitelung des ZDF, 2020